ja hallo lieben christian hat schon mal partherapeut strukturen zielo diesmal video blogger und themen dating beziehung und liebe ja und es gibt wieder den großen 25 prozent black wie code für meine kurse aber ich werde auch mal diesen video noch mal auf den einen oder anderen hinweisen nutze es gibt ganz selten diese codes bei mir für alle möglichen wenn du an deinem liebeschiff arbeiten willst oder liebeskummer hast oder bindungsangst verlustangst ich habe auch so eine serie mit glücks kursen sage ich immer naja kannst aber mal reinschauen auf www.liebeschiff.de heute mit zwei sachen einmal unglaubliche dreiecks geschichte mit zum sommerhaus noch ein nachtrag danach lese ich aber auch noch eine e mail vor auch zum thema loyalität was aus meiner sicht eines der wichtigsten themen ist überhaupt für männer sowieso ist es jetzt ein bisschen aus sicht des mannes heute aber gilt für frauen eigentlich genau das gleiche und ja wenn der hund hier wieder rumtouren das ist gerade so ein sorgenkind unser hund da war dazu eine andere mama mehr nehmen wir mal los also es gibt folgendes foto ich blende das hier mal ein das soll wenn ich das richtig verstanden habe beim boxkampf gemacht worden sein also wir fassen mal zusammen chan schlägt sich für seine freundin was er vielleicht eh gar nicht wollte sich aber irgendwie bemüßigt fühlt als der ritter einer weißen rüstung der sich beweisen will für seine freundin und was macht seine freundin lässt sich von moris antatschen das kannst du dir echt nicht ausdenken und das wirkt für mich so wie eine frau was ich auch kenne leider aus meinem toxischen alltag früher also mal zu viel als ich meine zwei toxischen beziehungen hatte ja dass du einfach sagen wir es mal wie es ist drecks illoyale frauen date ist wie das hier so aussieht wie gesagt und ja die einfach nie genug ein mann ist dafür die nie genug nie genug muss immer noch mehr aufmerksamkeit noch mehr noch mehr männer die man irgendwie einwickelt noch mehr dreiecke noch mehr drama irgendwie und es ist und am besten ob hinter dem rücken ist scheißegal man ist ja so entitelt man ist ja so ein besonderer mensch dass man das alles darf und es ist alles alles wunderbar und ich darf dies und ich darf jenes und ja also es ist einfach bodenlos sage ich mal also natürlich sind wir menschen alle gleich irgendwie und sie wird auch ihre innerpsychischen dynamiken haben aber ja kannst du halt nichts mehr tun als freundin und schon gar nicht als verlobte also das kann man sich nicht ausdenken so und selbst wenn das nur eine hundertste sekunde gegangen ist und sie hat ihn danach zurechtgewiesen aber dann frage ich mich warum es gibt zwei fotos wurde schön kuscheln da im box ring ist sie da in ihrer in der story darauf eingegangen aber auf eine weise die das so abgetan hat als wir haben jetzt eine dreierbeziehung also das ist wirklich so ich finde das so toxisch dieses triangulieren von dem chan irgendwie und so ein dreieck bilden also wer hat es nicht gesagt also ekelhafte moris hat mich angefasst sondern ja hat das irgendwie so abgetan das zeigte mir das war wohl nicht nur eine hundertste sekunde und die hat ernsthaft die nerven wenn sie ihr typ sich da schlägt für sie anderen typen mal zu wandeln ich kann das echt nicht glauben ich kann es nicht glauben aber es ist es ist hammer so und ja genau da muss man sich natürlich fragen was stimmt mit moris nicht ist er nicht der der mit seinem namen steht und ehrenwerter mann klar der wurde in seinem kinderzimmer aber ich bin ich bin einfach der coolste und und ich bin so was wer sich gegenüber mir illoyal verhält ja aber fällt seinem kumpel chan in den rücken und und macht eine frau von einer eine verlobte von einem anderen mann an kannst du nicht ausdenken kannst du nicht ausdenken und letzter was ist mit chan los also muss wirklich sagen so was hätte ich meine aller schlimmsten zeiten sich das nicht toleriert ja es menschelt ja wir machen alle fehler ich habe auch schon viele fehler gemacht vielleicht waren wir alle mal ich auch bestimmt mal illoyal irgendwie nur da muss man halt dazu stehen da muss man sagen ja sorry habe ich gemacht war scheiße ich bin nur mensch habe einen fehler gemacht was machen wir jetzt stimmt war kacke ich war ein bisschen horny habe mich angrabbeln lassen was weiß ich was man dann sagt keine ahnung oder der boxkampf war so aufregend habe ich gar nicht gemerkt weil ja nee aber man steht irgendwie dazu und und löpfe die suppe dann aus für seine eigene schwäche oder für sein eigenes ego aber ja wie gesagt das passiert ständig aber ja was was ist mit chan los dass er nicht sieht dass er noch daneben sitzt einer story und sagt dann nix so also das ist wirklich next level an unterwürfigen verhalten sage ich mal dann auch zu sagen dass das toleriere ich und ich also ich hätte wirklich selbst in meinen schlimmsten zeiten hätte ich koffer gepackt von meiner freundin gesagt hier weiß ich nicht mach sonst was verlobung am arsch irgendwie du bist raus du bist raus aus einer chance gehabt das war's bist nicht loyal weil ihr müsst ihr als männer müsst euch immer klar machen ist egal wie hot eine frau ist wenn sie nicht loyal ist habt ihr da nichts von aber auch wirklich gar nichts ne so das hoffe ich war jetzt nicht zu streng dann kommen wir mal zur mail gut dann kommen wir mal zu der mail dazu von drauf noch ich fasse das mal ein bisschen zusammen also nicht zu lang wird da ganz ähnliches thema also wenn auch solche fragen das kannst du einfach mal auf liebe schiff punkt d stellen also er schreibt ende 20 zwei kinder aus erster beziehung wir sind ein halbes jahr einer beziehung wieder die berühmten 200 tage übrigens verweise auf mein video die 100 und die 200 tage grenze arbeitet als bauarbeiter meine freundin schließt gerade ihr studium ab seitdem sie meine kinder kennengelernt hatte war sie irgendwie komisch an wochenenden die ich die kinder hatte wollte sie wollte ich sie auch dabei haben aber sie hat immer wieder ausreden sie müsste lernen möchte ich lieber mit kommunitoren treffen als auf den spielplatz zu gehen harte worte aber ja da ist schon sehr hart ne aber leite ist es dann auch also da schon die falsche freundin wenn man sie ist in einer ganz anderen lebenssituation sie darf natürlich sagen habe ich keinen bock drauf nur da fragen sie schon ob das so die richtige freundin ist oder ob es das nicht nur als bett geschichte taugt irgendwie und mehr sie sagt das sehr abwertend auch hatte ich langsam das gefühl dass sie sich ein wenig für mich schämte wenn sie mich nie zu ihren treffs mit kommilitonen einloot nicht loyal und es gibt überhaupt keinen grund also ich meine die welt also deutschland braucht bestimmt mehr bauarbeiter als akademiker also überhaupt keinen grund ehrenwerter beruf und ja würden auch viele frauen glaube ich polar finden naja also gibt es überhaupt keinen grund muss nicht immer gucken ich glaube das kommt das auch ein bisschen später in der mail ob man selber sich polar verhält weil wenn man das nicht macht dann führt das bei vielen frauen nicht bei allen wie ich sagen führt das dazu ja dass dass ich nicht mehr haut finden ohne polarität rules the game sonst lest mal neues buch dazu feuer und flamme gibt es nun polarität oder macht man fucking polaritätskurs und so der größte hammer war sie und ihre anderen freunde waren bei einem kumpel von ihrem abendessen zum fußball schauen verabredet danach wollten sie feiern gehen ich durfte nicht mitkommen zum fußballspielen gucken als ich sie fragte warum ich da nicht mit kann sagte sie nur dass er mich nicht kenne und der einfach keine fremden typen in seiner wohnung haben will was sehen wir hier deine freundin ist nicht mehr richtig verliebt weil wenn sie richtig verliebt wäre weil sie für dich geschlecht kontinent religion hautfarbe wechseln jetzt fast gesagt ja aber wenn sie nicht wenn sie aus der liebe rausfällt was passiert halt unter umständen nach 200 tagen wenn das game auch nicht richtig stimmt und sie auch sind nicht alle frauen dass sie so stark auf polarität reagieren so jemand ist der das totalen vordergrund stellt ja aber trotzdem egal auch wenn man außer polarität rausfällt das nervt mich immer so kann man respektvoll behandelt werden also muss man auf sie gucken und sie hat einfach keinen respekt vor dir und das kannst du erwarten immer so er wollte mich aber später gerne mal feiern kennenlernen das fand ich schon sehr komisch an dem besagten tag schlug sie vor dass wir uns dann später am bahnhof treffen wenn sie mit fußball gucken fertig sind dann darfst du gerne dazu kommen du aschenpudel so das wäre so gegen zehn gewesen weil ich nicht zu spät sein wollte habe ich einen zug früher genommen also es trieft so ein bisschen plus wohligkeit habe ich mal aus der mail wie gesagt ich kann allen echt nur so meinen signature kurs ans herz legen und programmierungsliebeschips ganze spiel von plus und minus also schätze ich glaube ich ein bisschen zu sehr auf dem podest ob es ein bisschen zu bemüht glaube ich so wenn ich das hier so raus höre eigentlich jetzt zu sagen sollen schon mal alleine feiern mal gucken wer da so ist irgendwie wenn du nämlich fußball gucken wirst dann gehe ich schon um 8 uhr in den klub was soll's irgendwie weil da muss man auch kontern irgendwie bei sowas so als ich am bahnhof fahrgastgeber wurden zehn minuten entfernt gewisse mehrmals an dann schrieb ich ihr also sie ging nicht ran ja das erde mich total an meine als zwei toxische beziehungen weil das telefon immer aus war und immer irgendjemand feiern war schrecklich albtraum aber nur albtraum man schon spürt da ist jemand nicht loyal und dann geht er nicht ans telefon und so da meinte ich habe ich geschrieben ich komme jetzt ich bin doch kein aussätziger ja absolut dann sagte sie dass sie nicht abgemacht gewesen ja ist auch nicht abgemacht dass sie nicht ausschließt irgendwie aus der beziehung dass sie jetzt mit den kollegen reden muss aber es denn okay dass sie so etwas nicht leiden könne und nach lange hin und her sagte sie dann dass ich kommen kann ja gut es kann natürlich sein dass es wie soll ich mal sagen dass es so so runden gibt wo man da irgendwie die sich dann ohne partner treffen aber ich weiß nicht weiß nicht ob ich das auch so wie diese ganze story erzählt wird klingt das super abwerten so und und nicht so am an der story dass ich dich das wir haben das ohne partner und tut mir echt leid und so klingt es irgendwie nicht warum soll man denn auch zu studiekollegen was nicht bringen die ihre freundin nicht mit oder was was ist nicht schon sehr ablehnend und klingt ja auch so wie das kann jetzt tausend das kann jetzt tausend mal weiter passieren das ist jetzt nicht so die ausnahme aber wenn ihr das anders seht schreibt es gerne ein also man hat mich gar nicht das da reingebeten auf dem weg zum glück haben diese klub haben diese kollegen überhaupt nicht mehr geredet so als wäre ich an schoenfried ein paar tage später habe ich meine freundin auf angesprochen sie meinte dann dass sie nicht wissen ob wir überhaupt zusammenpassen ja sie hatte ich nicht eingeführt als den heutesten keller den sie kennengelernt hat und also sie hatte ich auf eine art hatte ich schlecht eingeführt wahrscheinlich na und dann reagieren die auch negativ irgendwie das ist auch immer so typisch wenn man das kenne ich auch so da habe ich noch gar kein video darüber nach glaube ich immer so eine toxischen beziehung ist also ob das jetzt toxisch ist es wirkt schon ein bisschen toxisch dass dann plötzlich die freunde auch gegen einen sind weil man natürlich hinter dem rücken so super schlecht über einen geredet wird irgendwie ja dass sie überhaupt nicht zusammenpasst ja es kann natürlich sein auch ein bisschen an anderen lebens auf wenn ihr gleich alt seid am anderen lebenspunkt als sie sie hat ein anderes leben als ich ja mein leben ist leider nicht so schön verlaufen kriminelle vergangenheit kein schulabschluss zwei kinder ja und deswegen kannst du trotzdem mit respekt behandelt werden und kriminelle vergangenheit denke ich immer sie noch meistens polare typen aber vielleicht ist das so platt aber so mit polarität glaube ich könntest du noch mal gucken sie meint da stört sie alles nicht sie liebt mich als mensch ja scheinbar ja nicht ich lerne sehr viel von ihr und als ich hier sagte meinte sie das tönt sich voll ab ja also meine also weibliche polarität ist natürlich ein bisschen auch man möchte so ein bisschen gleiche augenhöhe als so man aufschauen das hat es aber eigentlich mit dem beruf eigentlich erstmal direkt gar nichts zu tun so ne also sie kann ja auch also du kannst ja was der erfolgreiche handwerker sein und bauarbeiter was was und sie kann trotzdem zu dir aufschauen und kann sagen wo ich lerne von dir ne cool wie du ist alles was du alles kannst und wahnsinn ne aber du machst hier sowas dass es geht so in richtung social proof ne so guck mal ach ich und auf die andere auf dem podest ja nicht social proof qualifying ne guck mal ich bin gut genug oder guck mal ich stelle dich auf dem podest das darfst du nicht machen als man muss alle frauen gleich behandeln gleich gut aber auch nicht einer auf dem podest stellen das ist so der trick was natürlich eine freundin sonderplatz aber also gerade beim dating seid ja noch vom verlängerten dating hier ganz wichtig gerade super attraktive frauen alle gleich zu behandeln sondern nicht auf dem podest stellen seit diesem gespräch geht es mir schlecht verständlich am anfang hat sie mir noch den hof gemacht was ich mich so sehr liebe dass sie kein probleme meine kinder hat ja dass das ist was passiert wenn eine frau nicht mehr so verliebt ist deswegen macht die fakultätin kurse wenn ihr das nicht haben wollt wirklich so viele leute immer wieder schreiben kurse noch mal absoluter game changer guckt auf meine google bewertung über 20.000 leute bei mir nutzt es guckt nicht nur die scheiß videos so gestört sich das alles auf einmal oder haben ihre freunde familie vielleicht etwas eingeredet ja aber das können sie ja nur wenn sie nicht zu dir steht so ich habe sie sogar finanziell unterstützung zu zeigen dass ich sehr wohl auch mit geringem bildungsstand ein versorger sein kann ich bin überzeugt dass viele handwerker mehr verdienen als viele katholiker und das ist auch gut so und auch richtig so beides genauso wie ich die arbeit und aber dass das hier das ist dieses qualifier das ist in der femininen polarität total okay in der maskulinen deal breaker für viele frauen darfst du nicht machen das ist so guck mal ich bin gut also für viele männer laufen gerade die beziehung wo sie sich ganz doll anstrengen extrem schlecht das ist echt verrückt am anfang hat sie mir noch einen hof gemacht da hatten wir alle schon so schmerzen abgewertet zu werden ist heftig sie hat es nach meinem versuchen sie zu überreden lauft nie jemand hinterher der ich nicht haben will du musst dahin kommen dass du dich umdrehst schultern zuckst und sagst super super ich kann die nächste daten geil sie ist raus schultern zuckst du dich um machst weiter klar es ist immer ein bisschen blöd aber mein leben war davor noch in ordnung und jetzt war zufrieden mit meinem job und zwei kindern ja also solche beziehungen können einen runterziehen aber arbeite an den sachen die du ändern kannst ich will jetzt nicht sagen dass ich nicht trotzdem so gekommen wäre aber ein bisschen solltest du echt glaube ich an der polarität arbeiten sondern aber wie gesagt ich glaube diese illoyalität du kannst super polar sein und trotzdem hast du einfach eine illoyale freundin also ich würde auch sagen also chan wirkt da jetzt auch eigentlich nicht unpolar aber da kannst du machen was du willst wenn das so drin steckt in einer freundin dass sie kein wifi material ist unpolar ja auch nicht polar letztlich nicht feminin polar nicht loyal kannst du letzter konsequenz gibt frauen da kannst du was machen die drückst du dann in die polarität sozusagen in die loyalität aber es gibt auch frauen vielleicht nicht viele da kannst du machen was du willst sie sind einfach in sich nicht loyal weil sie so im ego sind da kannst du nichts machen das können nur die und die ändern so aber klar wenn es einem total schlecht geht also liebeskummer kurz kann ich noch empfehlen aber ansonsten scheue dich nicht auch vor ort hilfe zu suchen alles gut aber da das sage ich ihnen das das sind so beziehungen da ist man als single echt besser dran aber mach einfach deine hausaufgaben und gut ist zurück will ich sie schon aber ich schäme mich gerade vor mir selbst ja da könnten wir jetzt wieder ein neues video aufmachen mit der scham ich habe auch so ein video gemacht mal toxische scham so eine scham entsteht viel in diesen toxi-toxi beziehungen und es häufig eine reflektion von der scham aus dem kindheitsalter hast nur von den eltern schon beschämt worden ist also dass man irgendwie ist die belustig überein gemacht haben oder was ich nicht beschimpft haben wo man gar nichts gemacht hat man denkt man hat gar nichts gemacht und scham liegt am grund von vielen toxischen beziehungen wird jetzt zu lange daraus alles zu erklären aber macht einfach die kurse guckt auf liebesche.de vorbei ich werde auch noch ein live machen diese woche am wochenende guckt auch gerne mal meine glückskurse rein und wir sehen uns bald pietat tschau ihr lieben die blöcke und Mona die blöcke die blöcke die blöcke einen die blöcke Vielen Dank.